So, ganz sauer und spritzig machen wir hier weiter, ist immer noch Sequenz 2, wie der Titel schon sagt. Ah, ich wollte ja schön den Doppelattempad machen, ah scheiß drauf. Lass keine Gnade walten, go! Mal sehen, wie wir uns daneben reinhören. Oh, bleibling nur, warte. Ah, lediglich. Sir David Buster aufspüren. Okay. Man, die macht nicht, was sie soll, ey. So. Mal gucken, wo er, wo er ist. Na, gehst du da hoch? Oh, Mann, ey, du sollst da hoch, ey. Begreift die das nicht, ey. Belassend. Die macht nicht, was sie soll. Ah, schön groß hier, die Scheiß-Drecks-Scheiße hier. Mann, 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 Mann. Sehr schön. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Er ist ja nur noch eliminieren, ey. Er ist ja nur noch eliminieren, hier. Naja, du hast mich gar nicht gehört, ey, da. Oh, geh mal hier hoch. Oh, geh mal hier hoch. Sehr schön. Sehr schön. So, wo kommen wir denn hier hoch? Oh, ähm, da. Na, warte mal. Luftattentat. Er hat hier nichts zu tun. Er erledigt. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Sterak nicht auf. Methan hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir bekämpfen, um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Tja. Fall erledigt. Ich leute hier sofort raus. Oh, ja. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Oh, shit, Alter. Und weiter. Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Ja, das ist ein bisschen eng hier. Oh, ist sehr geil. Auch eine gute Idee. So, jetzt müssen wir hier erst mal gucken. Ach, doch. Ich wollte schon sagen. Ah, wieder klettern, ne? Ja, was war das sonst? Sehr schön. Sequenz 2, ein einfacher Plan. Abgeschlossen. fortfahren. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evi. Evi. Der Eden-Splitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Krumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob. Du ließ dann den Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Eden-Splitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, warte doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du... Jacob Fry. Vielleicht hast du ja recht. Ovisoft präsentiert. Assassin's Creed Syndicate oder Syndicate. Ich weiß, ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm. Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald einen, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg. Agent Acosta. Kümmern Sie sich um Sie. Bewegung. Uiuiui. Fangt Sie ein. Das war nicht hier eine Bombe. Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evys Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. So. Ach, ich liebe diese Ladesequenzen hier. Ey, man, 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 man. Ja, ja, ja. Geht's doch mal weiter. Mensch. Ist ja schlimm, ey. Geht doch. 1868, London. Ich hab noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Dein was zugehört? Ui, pass auf. Vorzeigen Sie, Sir. Ey, komm zurück, du räudiger Langsinger. Naja, bevor wir das machen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Und zwar Sequenz 3 irgendwo, wo es grün ist. Also, haut da rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.